Hallo Leute, ich begrüße euch wieder bei Minecraft und wie ihr seht, funktioniert unser Feedback jetzt. Es musste nur das hier weggemacht werden und ich musste das Spiel gerade einmal neu starten, weil es nicht viel aufgegangen hat und kriege ich wieder die nervige Meldung mit Thermal Expansion, weil ich da die letzte Version hier für die 1.4.2 immer noch nicht drauf habe, werde ich auch wohl nicht machen. Ich warte einfach bis 1.4.4 oder 1.4.5 dann wenn alles draußen ist. So, was jetzt dann schon mal gemacht werden kann, ist, na, eigentlich müsste das doch, genau, eigentlich hätte ich jetzt gerne, wobei das eigentlich auch total egal ist, wir können das auch so machen, brauchen wir unsere Ranch wieder. So. Und dann bräuchten wir hier mal eine Truhe. So, und die entspüren. Und hier habe ich gerade das dringende Bedürfnis, mich doch schon mal hinzustellen, das mit dem Carpenter einzurechten. Für die Bug Earth, das wäre mal interessant. Deswegen kommt das mal dahin. Und wir holen uns den Carpenter doch mal hier rüber. Auch wenn ich den dann gleich mit Engines betreiben muss, was wir noch nicht können, aber das ist ja egal. Platztechnisch reicht das, glaube ich, sogar auch im Inventar noch aus. Sehr angenehm. So, du kommst mit als zuverlässige Wasserquelle. Na komm, raus da. Ups, da, na. Brauchen wir den? Ja, das ist zum Teil unseres Moisters. Okay. Kann ich also nicht abbauen, aber Wir bauen hier im Endeffekt das Loch wieder zu. Und nehmen uns dann doch noch ein bisschen mehr mit, weil wir werden dann sicherlich drüben noch was brauchen. Also unten in der Ecke. Deswegen kommt ihr noch mal mit. Dann wird da nämlich unser Carpenter dahin umverlagert. Und ich sollte mir vielleicht auch schon die Supplier Pipes mitnehmen. Jetzt habe ich Supplier Pipes. Nein, habe ich nicht. Muss ich mir dann machen. Hä? Aha, das wird dann aber gleich gebaut. Erstmal wird hier der Carpenter aufgebaut. Das ist dann nämlich so das nächste Problem. Aber so schlimm ist das, glaube ich, gar nicht. Und wir können das ja einfach hier machen. Nun kann mir sogar egal sein, ob da drunter die Steine sind. Denn das passt auch so. Du kommst da hin. Du kommst da hin. Dann sieht man vom Wasser nämlich nichts mehr. Und du kannst da drauf. Und so war das. Der kommt in die Mitte. Ist dann nur die Frage, ob Supplier Pipes damit wirklich funktionieren. Auf jeden Fall kommt das da schon mal alles rein. so. Und Bug Earth kann noch da rein. Dann müssen wir uns wohl oder dübel mal an die Supplier Pipes machen. Oh, da habe ich eine Reihe zu viel freigelassen. Stere ich gerade fest. Das ist natürlich uncool. Gut, dass wir hier noch ein paar Stormbricks haben. Das habe ich gar nicht gemerkt beim Bau. Wahrscheinlich habe ich die Reihe mit eingeplant und dann die hochgezogen. Das würde ich halt so. So. Und dann muss ich nämlich mal schauen. Pipe. Provider Logistic Pipe. Jetzt ist die Frage aus. Was wirst du gemacht? Basic Pipe mit Glowstone. Ein paar K2, ne. So viel brauchen wir erst mal noch gar nicht. Und. Mit Glowstone. Und dann brauchen wir dann die, wahrscheinlich die Supplier. Player Logistic Pipe. Ja. Woraus wirst du denn wohl gemacht? Mit zwei Lapis. Okay. Dann. Nehmen wir uns davon schon mal welche mit. Und. Und wir können uns dann zweimal Glowstone dazu holen. Und viermal Lapis. Haben sicherheitshalber gleich mal zwei. Die werde ich sicherlich nochmal gebrauchen können. So. Da muss ich wieder hin. Sonst funktioniert das nicht. Denn. Jetzt stellen wir uns mal hin. Ja. Zwei Stück brauchen wir mindestens. Nehmen wir hier die Supplier Pipe raus. Nehmen dann hier die. Ja. Und genau dich brauchen wir nämlich nicht. Sondern da muss eine Provider Pipe rein. Und dann brauchen wir natürlich auch noch unsere Range, um die einzustellen. Nein. Nein, ich hab's genau... Welche Pipe hab ich da jetzt reingetan? Das ist die falsche. Da hab ich genau falsche rum gemacht. Items to keep stock. Genau. Dafür brauchen wir jetzt da einen Stack, da einen Stack und da einen Stack. Partial Request. Partial Request. Yes. Und dann brauchen wir die Provider Pipe. Nämlich da. Nein, keine Basics, sondern die Provider. Die werden wir auch mal reingucken müssen, was die kann. Items to keep provide. Empty for all. Ne? Wir tun die hier auch einfach mal rein. Weil dann weiß ich, welche genau mit da rausgezogen werden. Normal. Leave one stack, leave last stack, fast last stack, leave last stack. Normal ist da, glaube ich, okay. Weil die werden wir hier an der Stelle nicht anderweitig brauchen. Ist die Frage, du müsstest noch kein Dirt produzieren. Sonst... Oh, ich erkenne das technische Problem, warum das Ganze hier nicht richtig gepasst hat. Das heißt, wir brauchen doch nochmal Stonebricks und müssen das ein bisschen umlegen. Habe ich mich einfach nur um eine Reihe von Tarnen gehabt. Ist natürlich uncool. Aber egal. Kriegen wir schon hin. Denn dann kommst du hier natürlich weg. Weil, ist ja doof, wenn ich da meine Fackeln in dem Ding drin habe. So. Was ein bisschen frech ist, dass er immer in dem Moment, in dem er etwas hier platziert, leicht leckt. Sodass ich dann immer einen Moment lang das Ganze hängen bleibe. So. Da ist nämlich auch noch einer neben. Der kann dann weg. So funktioniert es zum Glück technisch gesehen auch. Und jetzt können wir die zweite Engine hier mal da wieder weg machen. Und hier hin, sodass das dann auch vernünftig funktioniert. Kohle erstmal rein. Dann müsste technisch gesehen unser Turbrier anfangen zu arbeiten. Und die müssten automatisch leer pumpen, weil ich das richtig in der Vernehmung habe. Und alles, was sie so haben, da reintun. Wobei natürlich die Bug-Earth noch nicht fertig ist. Was jetzt interessant wird. Wir haben den. Den halten wir quasi voll. Das heißt, ich sollte mir ein paar Redstone-Engines mitnehmen. Mal sehen, ob ich das... Eine haben wir noch. Das kann an der Stelle schon reichen. Alles, was er hat, müssen wir irgendwie wieder rauspumpen und in die Chest reinbekommen. Und da wird es dann nämlich jetzt aufwendig. Und dafür werden wir wohl... Wie mache ich das? Ah, ich habe gleich nur eine Wahl. Und zwar nehmen wir hier Cobblestone-Pipes von unten an die Truhe dran. Dass wir das von unten quasi liefern. Und er geht da dann wieder dran. Das funktioniert wohl. Nur, dass ich mich da gleich hinstellen und natürlich eine passende Pipe hinmachen muss. Und dann auch mal fix hier noch ein paar Sachen. Weg machen kann. Beziehungsweise das Wasser kann da... Das Wasser muss da nicht raus. Da haben wir auch so genug. Das ist nicht das Problem. So. Und natürlich muss dann hier... Nein. So. Eine Redstone... Äh, eine Redstone, sag ich schon... Eine Wooden-Pipe dran. Und hier die Engine zum Betreiben der Wooden-Pipe, damit alles, was dort fertig ist, rausgesaugt wird. Ich hoffe nur, dass der Eingang von der Seite auch funktioniert. Und wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher, da kann man sich auch hinstellen. Ich könnte einfach mal hier das rausziehen. Und dann müsstest du dich hinstellen und das von alleine nachliefern. Eigentlich. Tut er aber nicht. Das ist ärgerlich. Denn das heißt, das Ding hier werde ich dann weiter per Hand auffüllen. Müssen wir die Logistik-Pipes das da nicht machen. Was aber noch interessant wäre... Nicht Provider, sondern noch eine Supplier-Pipe. Denn der kann ja auf jeden Fall von überall nachgefüllt werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aha. Warum sind die da jetzt rausgekommen? Oder kann der nur von oben befüllt werden? Ähm. Moment mal. Kleinen Moment. So. Ich habe mal nachgeschaut. Also technisch sollte er das hinbekommen, hier auch von oben zu pumpen. Ich frage mich nur, warum er das nicht gemacht hat. Vielleicht, weil ich das Ding mittlerweile wieder weggemacht hatte. Aber ich möchte mich jetzt mal hinstellen. Und noch eine weitere Truhe. Und ich habe nämlich gerade entschieden, wir splitten die Truhe ein bisschen auf. Das macht mir das... ...den Pipes etwas leichter auf mich. Hoffentlich. Und ich muss mir auch irgendwann den Carpenter noch mit Energie versorgen. Das darf ich nicht vergessen. Momentan wird das nämlich ein bisschen ekelhaft. Aber egal. Auch das werden wir wohl hinbekommen. Wir werden aber eine zweite Truhe hier aufbauen. Und dann das hier doch nochmal aufreißen. Ich reiß das jetzt einfach mal weiter nach unten auf, sodass ich nicht den ganzen Boden wegmachen muss. So, hier kommt wieder einer drunter. Dann leiten wir nämlich das, was hier rauskommt. Da vorne an die Truhe. Das müsste, glaube ich, hier der Fall sein. Richtig. Ja, sehr schön. Cubble Stormpipe haben wir da noch. Wobei, brauchen wir gleich nach unten leiten. Die Ebene ist ja vollkommen okay. Ich stehe nur vor dem Problem, dass die sich verbinden und ich mich hier irgendwie rausbuddeln muss. Aber auch das kriegen wir wohl hin. Das darf wieder zu. Ich könnte hier noch ein bisschen Stonebricks hinmachen. Hat das einfach ein bisschen schöner aussieht, wenn man runterguckt. Und dann nehme ich jetzt auch einfach die zum Zubauen. Dann leitet er da rein. Von da aus bauen wir uns eine Supplier-Provider-Pipe-Strecke. Da wird Pete schon mal rausproduziert. Das ist gut. So, hier haben wir jetzt gerade Provider. Da haben wir Supplier und hier haben wir den normalen. Das ist nicht das Problem. Wir haben noch keine... Hä, warum zur Hölle? Warum tust du nicht oben rauspumpen? Das ist nicht nett. Dann muss ich hier mal umbauen. So, wird mal sichtbar. Ich gebe mich die Wrench. Besuchen muss ich das denn wohl? So. Bietet er mir alles, was da irgendwie rauskommt. Dann mache ich den da oben, kann ich glaube ich da auch weglassen. Und dann sollte er sich eigentlich hinstellen und da automatisch abkümmern. Der Dirt kann da wieder rein und müsste dann halt da reinsupplied werden. Was er bisher nicht tut. Ärgerlich. Wir mobsen uns hier nochmal einmal Bug-Earth. Denn dann können wir dem hier sagen, füllen nach. Und ich stelle mich jetzt hier mal hin und nehme das da wieder raus. Vielleicht funktioniert das dann ja. Wenn ich das hier wegnehme. Ja, da tut sich bisher aber nichts. Sehr schade. Gut, da ist bisher noch nichts drin, was ich nachfüllen kann, weil dem natürlich noch die Energieversorgung fehlt. Von hier aus liefert er nicht dahin. Das heißt, das kann ich eigentlich auch per Hand befüllen und die Logistikpipes dafür sparen. Man kann da nämlich im Zweifelsfall die Engine hin, um die zu versorgen. Und das rauspumpen sollte automatisch funktionieren. Dann hoffe ich nur, dass hier das Nachfüllen funktioniert. Weil dann dürfte es so laufen, dass wir immer genug, ja, Bug-Earth da reinbekommen. Das ist erstmal hier... Das jetzt darf ich lager das erstmal da mit rein. Hatte ich nicht aus Versehen sogar schon Pet-Fired-Engines gebaut? Magnetik Sterling. Nein, hatte ich nicht gegenehmt, denn nochmal. Kann sein, dass das beim letzten Spiel entwand war, dass ich mir da so viel zu viele von gemacht hatte. Kupfer und Kupfer-Gears. Stone-Gears, genau. Das heißt, wir brauchen hier mal unseren Satz Kupfer. Und ich gucke mal gerade, ob ich mir hier noch... Ja, ich habe zwischendurch nämlich Cobblestone gesammelt gehabt. Muhaha. Und Pistons. Und Pistons wird jetzt lästig, weil dafür brauchen wir auch nochmal Cobblestone und... Eisen und Redstone und natürlich das alte Holz. Da freue ich mich echt schon auf dem Project Table, wenn ich mich einfach hinstellen kann und sagen kann, so, gib mir hier mehr davon. So. Ich hoffe, das reicht. Elf Stück, so viele Engines haben wir wahrscheinlich eh nicht zusammenbekommen. Denn wir brauchen dafür ja hiervon immer mal munter. Und das sind jetzt schon mehr, als ich brauche. Nein, sind es nicht. Da noch mehr, ja. Dann haben wir nämlich hinterher wieder eine gerade Zahl. Dann dürfen wir auf 20, dürfen wir auf 10 Stück kommen. Dann bleibt genau ein Pisten über. Wenn ich dafür dann gerade mal genug Steine da habe, das dürfte wahrscheinlich das... Ja, das passt sogar noch super. Und Copper Gears, so. Und dann jetzt schon mal da hin. Copper Gears da hin. Einer bleibt über. Und Glas, sehr schön. Einer bleibt über. Das bleibt über. Der kann wieder nach oben. Und das Copper kann wieder weg. Und wir haben erstmal einen guten Satz Pied-Fired-Engines. Mit dem wir dann zum Beispiel für den Carpeter verwenden können. Haben wir auch schon ein bisschen Pied fertig. Dass wir das Dreck mal ausprobieren können. Und was ist schon wieder hier in meinem Inventar gelandet? Wahrscheinlich der Dreck. Der immer wieder nicht richtig abgepumpt wurde. So, du gehst schon in die Richtung. Und du brauchst noch einen Schalter. Und natürlich dann noch ein bisschen Pied. Ich gebe dem erstmal zwei Stück. Das sollte für den Anfang reichen. Und das landet immer noch falsch. Obwohl er das ja tendenziell müsste. Wobei sich das hier auch nicht verbindet. Also das hier ist rot. Was ja bei einer Kiste eigentlich nicht sein sollte. Was dann im Zweifelsfall heißt. Ich muss das Pied per Hand nachfüllen. Was ziemlich ätzend wäre. Wir können erstmal schauen, dass er hier ein bisschen was fertig macht. Dann werden die rausgepumpt. Und ich klaue ihm das hier einfach mal. Und lege das da schon mal rein. So, dann müsste er ja tendenziell. Erstmal schwirrt hier wahrscheinlich genau das. Das wird häufig zu Boden fallen. Weil es da nicht ankommen soll. Und hier holt er immer noch nichts raus. Dann sparen wir uns das. Dann mache ich das einfach so. Dass ich das hier dann immer per Hand rein tun muss. Dann kann ich das nicht auf Dauerbetrieb halten. Aber wir können schon mal nachhören. Die Logistikpipes haben aber im Endeffekt versagt an der Stelle. Was sehr schade ist. Denn die hätte ich da sehr praktisch gefunden. Hätte mich drüber gefreut, wenn wir es damit geschafft hätten. Das ein bisschen weiter zu automatisieren. Aber naja. Ich kann schon mal... Die Pfad Engine tue ich auch da mit rein. Genauso wie die ganzen normalen Pipes. Wasser muss ich irgendwann nochmal auffüllen. Sand haben wir hier gerade noch. In guter Masse. Das heißt, ich muss eigentlich nur zusehen, dass der Dreck da wieder rüberkommt. Der wird ja erstmal hier reingepumpt. Dann kann ich den aber per Hand hier reintun. Je nachdem, wie viel gebraucht wird. Haben wir natürlich das Problem, dass der auch nicht schnell genug abpumpt. Da sollte ich mich eigentlich hinstellen. Das bringt mich gerade auf eine Idee. Erstmal können wir das nehmen und da schon mal wieder reintun. Und dann können wir mal ausprobieren. Ob ich die passenden Pipes dafür überhaupt noch habe. Theoretisch gesehen besteht die Möglichkeit. Sonst muss ich das machen. Und zwar... ...haben wir sie natürlich nicht. Denn mir geht es jetzt um... Conductive Pipes. Einmal aus Gold. Einmal aus Wood. Müssen wir nur Redstone umsetzen. Und wir werden nicht viele davon brauchen. Zum Glück. Aber mit etwas Glück kann ich das einfach mal nutzen, um da beide Maschinen mit einer Pitfire Engine zu betreiben. So, du kommst da schon mal raus. Und zwar theoretisch gesehen müsste es ja machbar sein. Ich hoffe, das funktioniert. Der schließt sich an das nicht. Das ist ärgerlich. Schade. Schade, 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 dass ich das da nicht anbauen kann. Und das andere, was es gibt, das dürfte es wahrscheinlich hier noch nicht geben, oder? Das ist ein Haufen Zeug, aber nicht das, was ich... Achso, das sind die ganzen Upgrades. Naja, das gibt es leider nicht. Okay, dann hilft mir das nicht. Dann müsste ich da im Zweifelsfall eine zweite nebenstellen und die immer zusammen anmachen. Das lässt sich wohl einrichten. Schade eigentlich. Das hätte ich gerne, gerne darüber gelöst. Weil die andere Engine, die ist mir einfach zu langsam, die Redstone Engine. Das dauert ja ewig, bis man das dann rausgepumpt hat. Da verpulver ich währenddessen ganz viel davon. Man könnte sich jetzt hinstellen, könnte da zweifelsfall mit Redstone usw. Ich lege einfach zwei Schalter dahin. Dann sollen die sich beide gleichzeitig einschalten. Dann pumpt er hier hoffentlich schneller. Die läuft. Hier brauche ich auch noch nicht reintun. Das kann schon hinterher, weil dann stellen die jetzt hier erstmal einen guten Vorrat an Buckarth hierfür. Das da eigentlich schon wieder nachfüllen und dann immer wieder laufen lassen. Wollen wir da schon mal hoffentlich irgendwann einen guten Supply an Pete zu sagen. Ich meine, wir verbrauchen jetzt zwei Stücke für die Engines. Ich werde mich auch wohl hinstellen, werde die beiden Engines noch durch Pete Engines jetzt austauschen. Denn wir haben jetzt ja das erste. Und ein Pete Wack gibt genug Saft für zehn Pete-Fired Engines. Das heißt, die zehn Stück, die ich da habe, kann ich mit dem, was ich hier produziere, genau durchgehend versorgen. Von daher kann ich das eigentlich recht locker sehen. Noch mal sagen, ihr beiden dahin. Wow, ihr platziert euch sogar richtig geil. Und packen da schon mal wieder ein bisschen was rein. Die Schalter müssten ja theoretisch gesehen noch an sein. Hier dürfte noch mehr angekommen sein. Genau, dass wir dann da schon wieder reintun können. Schön ist, dass die Stalling Engines auch mit Handy-Pip-Mitton und auch mit Holzkohle funktioniert haben. Denn dadurch konnten wir uns was von unserer kostbaren Kohle sparen. Wo wollte ich jetzt hin? Die Stalling Engines wieder da reintun. Das ist da. Und dann würde ich sagen, wir haben für den heutigen Part auch erstmal Schluss. Haben da ja gut was zusammen. Ich will einmal schauen, ja, unser Energielevel sieht gut aus. Dann kann ich nämlich mal schauen, dass ich hier noch mehr Dinge da zwischendurch durchlaufen lasse. Das packe ich da gerade mal rein. Dass wir hier mehr Refined Iron bekommen. Und scheinbar funktioniert bei dem oder nee, bei dem bei dem auch die XP-Gewinnung daraus, was sehr cool ist. Hier zum Beispiel klappt es leider nicht. Ja, dann machen wir damit für heute erstmal Schluss. Beim nächsten Mal werden wir, denke ich, dann die Logistik-Pipes verwenden. Da habe ich nämlich jetzt Bock drauf umzustellen. Und bei Red Power kommt Dauerts auch noch, denke ich mal. Das heißt, wenn das raus ist, kann man dann immer nochmal umstellen. Aber erstmal will ich da jetzt ein bisschen was mitmachen. Damit sieht man sich jetzt beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut. Bis dann, Leute.